Dankeschön, Frau Lisbeth. Ja, nehmen Sie mal wieder Platz da. Da, und wie hätten Sie es gerne? Also ich hätte gern von hier bis zum Ohr schnurgerade Schnitt und dann hätte ich gern hin am Ohr drei Zacke. Und im Nacken hätte ich gerne halbkreisförmige Aussparung und bis zum Ohr noch drei. Und vor dem Ohr hätte ich gerne zwei nach vorne gebogene Kotelette. Ah ja, und hier hätte ich gerne fünf Mark Stück groß Loch. Aber wie soll ich denn das schneiden? Hm, genauso wie beim letzten Mal.